Frauentag, Ü30-Party in der Sport- und Kongresshalle. Was will das Partyherz mehr? Die Party stand unter dem Motto Erotik pur. Die European Dreammen machten die Damen wuschig und ansonsten überzeugte der routinierte Cocktail aus verschiedenen Dancefloors von Schlager bis Haus, partywilligen Gästen und guter Laune bis in den frühen Morgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017